Servus Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Äh, nein, will ich nicht, Moment. Oh, es wird doch angezeigt, doch, 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 doch. Apfelwald. Ah, genau, hier war das. Ich erinnere mich gerade, der Apfelwald war doch so beschissen. Das war nämlich das, wo ich das Let's Play dann beendet habe. Oder abgebrochen oder verschoben oder was auch immer. Technik. Technik war es, glaube ich, weil es nicht mehr funktioniert hat, genau. Aber bevor ich da hingehe, gehe ich zuerst dahin. Weil hier haben wir noch einen Auftrag zu erledigen. Oh, Auftrag. Ich habe ja zum Glück ein paar... Ich habe ja zum Glück ein paar Leute hier auf meiner Seite. Ich weiß gar nicht mehr. Bei. Ah, gut, gut, gut. Komm her. Hör auf, das einzusetzen. Danke. Ich glaube, ich glaube, das mit den Kombinationsattacken hatte ich letztes Mal aber nicht. Mir ist nur wichtig, dass ich es möglichst schnell Level erreiche, um mächtiger zu werden. Und alles in jedem Platz zu machen, damit ich nicht wieder in irgendeine Dungeon verrecke. Ich kann auch um die Ecke angreifen. Nein. Ja. Geht schon los. Ja, Anorid. Level 7. Lehmso... Ja, Lehmsohler. Naja, egal. Es gibt gar keine Elektroattacken, die ich einsetzen könnte. Gut. Alle im Gänsemarsch. Verbisse dich. Ich glaube, ich kann aber nicht mehr als vier, also nicht mehr als drei Kumpels mit mir haben. Also ich kann nicht mehr als vier Personen sein, hier. Gehen wir nach rechts. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Oh, da liegt ein Apfel. Jawohl. Russapfel, noch besser. Ist richtig gut. Oh, da pennt ein Schallelos. Lass wir es mal pennen. Lass doch das Schallelos in Ruhe. Topelix hier. Na ja, klar. Komm her. Booms. Ah, Booms. Das muss ich hier nochmal finden. Ding, ding, ding. Ich frage mich, ob ich auch aus dem Dungeon wieder rausgeschmissen werde, wenn Gehweiher oder Anorith besiegt werden. Ah, toll. Wen greifst du denn an? Lass doch den. Achso, hinter dir ist jemand. Mach ihn platt. Oh, bis wir da sind. Oh, bis wir da sind. Hallo, greif doch an. Ich zeig dir mal, wie es geht. Boah, Anorith gegen Anorith. Das dauert ja ewig. Das ist schlimm als Safcon gegen Safcon. Aha, wen haben wir denn da? Hau ihn nicht von mir ab. So, jetzt. Zack. Oh. Schade, ich wollte dich doppelt platt machen. Komm her, Anorith. Na, dann eben nicht. Gehen wir ihm weg. Was du da vorn? Ich frage mich, ob ich später auch stärkere Pokémon rekrutieren kann. Ja, bestimmt. Ich meine, das hier sind noch die richtigen Standard-Pokémon eigentlich. Hau ab. Du lebst. Weg. Das Geld, das kann ich mir einsackeln. Ja, damit. Und gleich weiter. Hm. Ah, ja. Ich habe mich geopfert. Ja. Ja. Äh, nee, will ich nicht. Den schicke ich zurück. Äh. Gehweih ist mit Blubber gar nicht mal so schlecht. Gut, Schale, loskommt in die Gilde. Da wollen am schönsten, dass die Gilde... Ja. Werde ich erstmal mit euch rumrennen. Den Pokémon mit einer Wasserattacke. Simmelbeere. Mhm. Ich kenne den Schmafu schon. Oh. Die Simmelbeere wird verkauft. So einfach ist das. Okay, Zielebene. Gut. Wem greifst du an? Den da. Simmelbeere. Gut. Zack. Alles klar. Suchen wir uns mal. PSFBR. Klingplim. Ich glaube, das muss ich... Verklucken. Da ist es. Zack. Jetzt. Leide. Oh, das war's schon. Und das nächste. Gut gemacht. Anurit. Attacke. Ich helfe dir. So. Oh, da Sachen. Chaos hat gefunden. Ja, da wäre noch eine Beere, aber okay. Haben wir ab. Ich hätte doch die Beere zuerst einsackeln sollen. Danke. Dass wir die drei da auch noch mitversorgen müssen, ist eigentlich eine Schweinerei. Gut, ich glaube, jetzt gehe ich mal in diesen komischen Apfelwald da. Ich weiß noch, da habe ich gefehlt. Diesmal bin ich, glaube ich, schneller als letztes Mal. Letztes Mal hatte ich da, glaube ich, zwölf Folgen. Gut, da hat er endlich ein paar perfekte Äpfel. Ach so. Ich finde den perfekten Apfelwald. Wenn ihr nicht bald perfekte Äpfel bringt, wird der Geldmeister. Egal, es wird jetzt nicht erfolgen. Okay. Eigentlich ist mir egal, was der Geldmeister dazu reden hat. Ist ein beschissenes Knudelhoff, das nichts kann. Gut. Ich werde trotzdem ein paar Items wegschmeißen. Beziehungsweise ich werde diese Siemelbeere verkaufen. Was macht das Mund hier da? Äh, heute werbe ich einen weiteren Laden. Seh mal her. Ist ein Laden da drüben? Jeder Ort wird wählen. Okay. Ich könnte zwei Attacken kombinieren. Kombinierte Attacken. Das kenne ich schon. Das musst du mir nicht sagen. Verkaufen. Ich könnte gnadenlos alles verkaufen. Six Passive Beeren. Geil. Äpfel. Okay, die brauche ich. Siemelbeere. Weg damit. Also, ich drücke ein Funnel, kann ich mehr Items auswählen. Passive Beere. Warum habe ich hier welche und hier? Und hier auch. Wie viele Passive Beeren habe ich denn? Also, es ist nur einer und das ist der Wert davon. Also, stimmt ja. Das brauche ich. Das ist der Wert. Explosiv Samen ist umsonst. Grosse Apfelin behalte ich. Schlafsam kann weg. Doch ein großer Apfel. Geil. Und zwar kleine Äpfel. Heilsam, schlafsam, schlafsam. Klebersam, schlafsam. Wie viel Schlafsam habe ich bitte? Weg damit. Es gibt ordentlich Geld. So, noch irgendwas? Nö. Ich könnte... Geh weiter an der Weg. Die Fensterschal. Das ist nix. Okay. Ah. Fensterschal. Ah, jetzt habe ich sie weggenommen. Geben. Geber ja. So, ich kann es nur... Ich habe nur einen. Und die drei heißt, der das Teammitglied trägt. Sonst nahm ich nix mehr. Wobei, was verkaufst du? Das sind doch keine TMs. Apfel. Ja. Kaufen. Oh, die Kuh. Ich habe keine Ahnung, wofür es mir in der Kuh wirklich gut sein soll. Sienelbeere. Ja, ist immer gut. Was alles? Scheinbar. Okay, fünf Items kann ich noch mit mir tragen. Werde ich die restliche Kohle... Zumindest, dass ich einen geraden Betrag habe, auf die Bank legen. Äh, lagern. Vierhunderter. So, jetzt... Safen. Und dann auf in den berüchtigten Apfelwald. Gucken. Ich muss hier nebenbei auf meinen Laptop noch machen, weil... Ich rendere gerade mal wieder ein ziemlich langes Video. Nämlich Danganronpa V3, Killing Harmony. Die ganzen Dates und... Love-Suite-Events und so weiter. Alle in einem Video gepackt. Dauert 6 Stunden und 28 Minuten. Also ziemlich lange. So, Apfelwald. Hier habe ich letztes Mal gefailed. Das muss der Eingang zum Apfelwald sein. Laut dem, was Blaudargei gesagt hat, müssen wir in den tiefsten Teil des Waldes. Dort müssen wir perfekten Äpfel sein. Geben wir, wie immer, unser bestes Wulf. Ich bin ein Flämli und ich kann Glut. Wobei, letztes Mal waren Wulpix mit dabei. Ach, ihr Dreckigen. Oh, ho, ho, ho. Sie haben sich anscheinend auf den Weg gemacht. He, he. Gehen wir in Nachlos. Waren wir dir beide was zu melden? Ich denke, der Skuntag ist der große Obermotz. Burmi, okay. Die Stock aufgehoben. Warum auch immer. Okay, gut, gut. Da liegt eine Muschel. Wofür auch immer. Spezialband. Oh. Höhlt Spezialangriff. Wer von euch kreift speziell dann? Ähm, Gehweyer. Spezialband, Spezialband da. Geben. Oder Defense Schal. Äh. Okay, Gehweyer. Und Defense Schal bekommt Anurid. So. Anurid hat ja, glaube ich, das niedrigste Level, oder? Level 7. Verteidigung 19. Level 11. Verteidigung 14. War dafür einen hohen Spezialangriff. Okay, noch kommt hier kein Bösewicht. Da geht's weiter. Perfekt. Gleich ausnutzen. Miraplar. Das hätte ich gern. Komm, Miraplar. Gut, perfekt. Attacken. Achso, nur Glut kann ich nicht mehr einsetzen. Egal, dann kill ich dich. Boah, 80. 102. Ob ich das richtig sehen? Wow. Sehr, mega geil zum Leveln. Solange ich an der Front bin, ist alles gut. Okay, ist hier noch was? Nö. Da ist ein Item. Ein Knospi. Okay. Komm noch mal her. Wachstum. Komm noch mal her. Nassmacher. Das ist scheiße. Zack. Zack. Gut, du bist trotzdem tot. 123. Aufbereitung. Oh, nicht schlecht. Nutze ich zwar nie, aber hey. Ich gehe da lieber etwas langsam voran. Nicht, dass ich irgendwann... Was soll das? Kann ich... Ah. Ein Raupi. Niedlich. Komm zu mir, Raupi. Nein. Noch eins. Die kann ich auch so. Ich dachte... Ah, Ruckzuckieber habe ich gelesen. Ich dachte, Raup ist jetzt Ruckzuckieber ein. Das wär's. Weil im Anime, wo es Misty verfolgt kann, hat's ja auch so ein Speed drauf. Ein Hopelupf. Dass nix kann. 114. Das sind so viele Erfahrungspunkte. Ich renne rein. Weil's... Weil ich zu schnell war. Ja. Die war ja Level 12. Verteidigung 2. Das ist gut. Alle Punkte um 2. Jawohl, ja. Jetzt passe ich aber auf nicht, dass ich wieder irgendwo rein renne. Gut, da muss ich nicht hin. Ein Burmi. Alles klar. Du Hund. Das wollte ich nicht. Oh, doch. Das wollte ich. Ich dachte, ich hätte die falsche Taste gedrückt. Ah, nur Raid Level 9. Jawohl. Naja. Die Werte steigen jetzt nicht so bombast, aber besser als nix. Ne, Mann. Ich muss... Evoli? Achso. Äh. Keck, Leon. Was machst du hier? Komm, willkommen. Komm. Ah. Nein. Ja. Okay. Was ist das? Opel Orb. Opel Ort. Opel Ort. Äh. Opel Orb. Mann, bin ich zu dumm zu lesen? Und ich habe mein Geld weggepackt. Das ist schlecht. Was macht das Ding denn überhaupt? Leider, wenn das alle Mitglieder jetzt zum Anwenden zieht. Äh, Anwender zieht. Äh. 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 Ja. Ja. Oh. Fuck. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich will eigentlich... Scheiße. Wolltest du eigentlich kaufen? Na toll. Na, super. Geh, Weyer, du könntest mal helfen. Ja, ja. Ja, ja. Das ist mir egal. Okay, meine anderen Partner können alle drauf gehen. Nur Evoli und ich dürfen es nicht. Aber jetzt kann ich den Tings laden, oder wie? Was wird denen los? Wir haben nicht mal eine Perfektung geschafft. Und wir müssen nicht mal nachhelfen. Was mache ich da? Ich werde den Spielstand laden. Ja, halt die Klappe. Bis gleich. Ich hoffe, ich vergesse es nicht rauszuschneiden. Ja, da bin ich wieder. Ja, ich habe Geld abgehoben. Aber irgendwie... Irgendwie hat der Spielstand doch übernommen. Das ist blöd. Äh, ja. Na gut, was soll's. Es war blöd, dass er jetzt übernommen hat, den Spielstand, aber hey. Dann versuchen wir es nochmal. Ja, die Dungeons ändern sich. Boah, der sitzt von so einer Distanz blubber ein. Ja, Lehm Sula. Ein Paras. Wow. Oh, Level 8. Du warst zuvor Level 7. Okay, dann spielst du dann doch nicht übernommen. Aber warum? Warum hat er dann übernommen, dass ich das Geld auf die Bank gepackt habe? Habe ich erst danach gespeichert? Falls ja, dann... Okay, habe ich nichts gesagt. Stock brauche ich nicht. Hier ist nichts. Und das bringt nur so wenig Erfahrung? Was ist das? Hau ab. Boah, die Kombi ist geil. Warum bringen die so viel und der Smet-Bo so wenig? Ich meine, ich hätte ja gerne das Kegleon angelabert. Um die Ware so zu bez... Blitz! Geil! Obst, Boss. Was ist denn das? Verwandelt Pokémon. In was? Hau ab. Bist du erst mit dem Blitz? Ja, bist du! Perfekt! Booms! Ey, das ist meins. Danke. Doch ein Level Up. Oh, hier kann ich gut trainieren. So. Blitz ist meins. Haha. Da vielleicht sollte ich Kegleon einfach in Ruhe lassen. Zack. So, schauen wir mal. Vielleicht geht sie schon weiter. Ein Apfel, geil! Ja, damit. Was ist das? Rotgummi. Oh. Ist das wieder für Intelligenz? Ähm, da. Ist natürlich ich. Ich bin der Intelligenteste. Hahaha. Und hier war... Nix. Okay, der Teil des Dungeons ist gleich geblieben. So mehr oder weniger. Meins. Meins. Oh, der große Apfel. Hm. Dann esse ich eben einen normalen Apfel. So, das ist meiner. Boah. Daneben mit der Glut. Das ist ein Top-Elexier. Könnte ich aber nix damit machen. Ein pennendes Smet-Bo. Das werde ich jetzt vernichten. Dass ein Smet-Bo nur so wenig bringt. Okay, da geht's weiter. Das Smet-Bo kann ich auch noch schnell platt machen. Erfahrungspunkte können ja nicht schaden. So, hier ist das Keglion gewesen, oder? Oder auch nicht. Aber Popspros. Absorber. Jetzt lass das mal schön bleiben. Ja, Android. Level 10. Hm. Wohlang. Okay. Jetzt weiter. Gut, gut, gut. Ist denn da sonst noch was? Nö. Hier kommt jetzt das Keglion. Ein Kokowai. Oh, scheiße. Okay. Wir warten, dass wir die Initiative haben. Jetzt. Bam. Boah, Kokowai. Und trotzdem nur so wenig. Ich glaube, jetzt muss ich aufpassen. Hier kommen schon die dicken Geschütze. Ja, das ist nicht schlecht. Hier will ich rein. Ja, schon so ein Kokowai daherkommt. Duflor. Boah. Aber wenn ich so was Starkes rekrutieren könnte, dann wäre ich zumindest auf der sicheren Seite. Noch ein Duflor. Okay. Nicht blind in ein Duflor reinrennen. Jetzt nach oben. Ein Smetbo. Okay. Das ist verkraftbar. Wow. Was für ein langer Weg. Duflor. Okay. Abwarten. Jetzt. Bam. Ein Apfel. Geil. Hier will ich Level. Die Werte steigen nicht so sonderlich gut an. Äh. Ja. So, Apfel gegessen. So, Apfel eingesackt. Ich verliere ihn jetzt. 100. Gut. Und was für ein Weg. Kokowai. Oh, ne. Kommt schon wieder was Böses auf mich zu. Ah, Tribi. Okay, das kann nix. Zack. Paras ist auch schwach auf der Brust. Das ist ein Vorteil. Hier ist nichts. Okay, dann muss ich da nach links wahrscheinlich. Da unten kommt was. Ja. Jetzt dreht ein anderer Rift durch. Nur wegen dem Badribi da unten. Was ist das? Achso, Lockduft. Wow. Alle Werte sind gleich weg im Keller. Ja, alle Wlapp. Ich rot euch alle aus. Das Problem nur ist. Ein Fluchtwert ist jetzt unter aller Würde. Oh, habe ich keine Glut mehr? Au. Das wäre schlecht, wenn ich keine Glut mehr habe. Ja. Verdammt. Okay, ich habe ja Top-Elixier. So. Jetzt habe ich wieder meine Glut. Da liegt was. Passiv-Behre. Okay. Wow. Kam so ein Paras um die Ecke und Ebuli hat mich gerettet. Okay, ist auch nix. Ist das hier... Geht's hier noch weiter nach unten? Da. Okay, aber zuerst müsst ihr euch alle heilen. Du auch, Anerit. Gut. Ein Bibor. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das Bibor platt machen. Oh, das Paras da ist auch... Boah. Okay, mach das Paras platt. Herdner, super. Stachelsbohrer, Egidt. Äh, Giftpuder? Ey, dieses Paras geht mir gerade so auf den Keks. Komm her. Jetzt bist du fällig. Ey. Appellorb. Gut. Achso. Jetzt finde ich das auf einmal. Das hätte ich gar nicht bei Kekleon kaufen müssen. Das Geld. Okay. Der Paras geht jetzt leider schon ein bisschen, aber... Ich will das hier noch... Beenden. Aber ich habe kein... Keine Glut mehr. Verdammt. Mal wieder. Vielleicht gibt es zu sehr aus. So, Top-Elixier. Warum habe ich eigentlich Stücke? Die Stücke kann ich wirklich wegschmeißen. Die braucht eh niemand. Beier trittet dann drauf. Ja. Lockduft. Ja, da oben sehe ich schon, dass jemand kommt. Boah, leg mich am Arsch, du scheiß Viech. Das ist ja unfair, wenn das von so einer Distanz Lockduft einsetzen kann. Achso, die sind gar nicht mehr... Bin ich dumm? Die sind gar nicht mehr fixiert. Also verlinkt, meine ich. Kommt drauf. Ach, ich sollte da rauf gehen. Danke. Ach, daneben nicht. Ah. Ist schlecht. Ja, erst recht. Oh, nicht doch, du dreckiges Mistvieh. Hau ab. Du kannst Windstoß. Okay, jetzt reicht's. Doch nicht auszuhalten. Warum bist du so mächtig? Äh, Sindelbeere. So. Kommt schon der... Kokowai! Oh, weg da! Glück gehabt. Ein Duflor. Weg, ich will nur meinen Fluchtwert wiederherstellen. Jetzt gehen wir nach links. Ist nix. Nach Hornio! Komm her. Ah, das wollte ich nicht. Boah! Hornio vernichtet. Stock. Der kann mich mal. Ja! Da will ich hin. Zehntes Untergeschoss. Äh. Ich werde aber jetzt trotzdem einen Schnitt machen, sonst dauert es zu lange. Das war Pokémon Bistole Dungeon, der Kundungsteam Himmel. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Zittach! Das war Pokémon Bistole Dungeon, der Kundungsteam Himmel, 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 der Kundungsteam Himmel.